Hallo und Willkommen, ich bin's MK3 und wie ihr seht ist es natürlich noch mal Zeit für Warframe. Wut auch langsam noch mal Zeit. Der eine oder andere wird jetzt sagen, mein Gott, endlich machst du noch mal was. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht so viel getan über die Feiertage. Ich habe zwar versucht immer die Sorties zu machen, aber so oft wie ich dort einfach nur mal hier die typischen, lasst mich kurz gucken, was das letzte Mal gewesen ist. Okay, da war es noch eine Linse gewesen, aber davor war es sehr sehr oft, kriegt mal 25 Fusion Cores und dann muss ich sagen, sorry Leute, aber für 25 Fusion Cores bin ich nicht unbedingt da. Ich wollte gerne vom NASA wenigstens die Systeme haben, das wäre mal nicht verkehrt. Systeme fehlen mir noch und die ganze Zeit kriege ich entweder 25 Fusion Cores oder für die, ja, für die DERA Vandal immer noch weitergehend Teile und man kann sagen, die ist nicht nur da, die ist auch fertig. Die ist auch max level und ich finde sie immer noch lause wie vorher. Ich finde sie nicht allzu prickelnd. Das ist jetzt nicht unbedingt scheiße, aber okay. Was ich dagegen viel prickelnder finde und unterhaltsamer ist dieses Teil hier. Sekura Penta. Sag mal so, wenn jetzt die, man kann es am besten vergleichen mit der Tonkor, also im Granatwerfer eigentlich, nur dass dieses Teil, die Granaten nicht von selber explodieren und auch nicht auf Aufschlag oder beim Treffen eines Gegners, sondern erst dann, wenn ihr es wollt. Was auch teilweise ein bisschen gefährlich sein kann, weil ich habe schon öfter auf Gegner geschossen, die Dinger sind an die Wand geschlagen, über ein paar Umwege hinter mich geflogen und habe ich mich selber nach der Luft gejagt. Aber ansonsten ist das Ding nicht schlecht. Ja, wie ihr schon hört, selber die Luft jagen. Das Ding macht auch für euch Schaden. Und was habe ich da drin? Weil ich völlig wahnsinnig bin, ist da Firestorm drin. Der Explosionsradius ist 24 Prozent größer. Boom, sag ich nur und meistens sind wir mit weg. Man muss also ein bisschen aufpassen mit der Waffe, ansonsten finde ich aber sehr lustig. Dann ist der Rage mit 165 Bonus Damage. Deswegen sind die Zahlen auch ein bisschen exklusiv nach oben katapuliert worden. Und natürlich Infected Clip, eigentlich will ich andere Sachen damit stricken, sowas wie noch mehr Blast-Schaden oder einfach nur Viral-Schaden oder irgendwelche anderen Geschichten noch nebenbei. Oder Magnetik-Schaden wäre auch mal nicht verkehrt. Irgendwie sowas vielleicht noch beischmeißen. Aber Standard-Match hat hier die Waffe ja schon eigentlich fast eins zu eins kopiert von der Tonko auch. 375 Blast-Schaden und natürlich dann noch 75 Einschatz-Schaden. Und bei der Tonko ist es glaube ich Durchschlag-Schaden anstelle dessen. Aber ansonsten ist die Waffe nahezu identisch. Nur eine Sache ist definitiv schlechter. Ich meine Explosionsradio ist scheiß groß. Davon abgesehen, Crit-Chance ist nur 10% mal zweifach Schaden. Und das ist definitiv sehr viel schlechter als die Tonko. Aber die Tonko kann auch einen selber nicht unbedingt umbringen. Hier die Waffe schon. Deswegen meh. Ich meine, der Schaden, den das Ding jetzt schon macht, wenn ich eben so rumswitche gerade wieder. Das sind zusammengerechnet gute über 2000 Schaden. Sehr wahrscheinlich werdet ihr es mit den meisten Warframes mal gerade so gar nicht überleben, wenn so ein Teil neben euch explodiert. Deswegen meh. Ich will das Ding aber ruhig mal ein bisschen höher bringen. Ich habe deswegen auch da durchaus einen Catalyst reingeschmissen, weil ich bin einfach gespannt, wie das dann auch damit aussehen wird. Ich bin einfach sehr gespannt. Okay, davon aber jetzt mal abgesehen. Habe ich natürlich den Wukong hier am Start. Deswegen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das Video hier gerade auch mache. Ich habe den Wukong natürlich nicht auf Maximal-Level. Nein, habe ich noch nicht. Wir gucken uns ganz, ganz kurz. Ist jetzt kein Frame-Check-Video, sei jetzt schon. Ist kein Frame-Check-Video. Ich gucke einfach nur ganz kurz mal hier rüber. Und zwar ist die erste Fähigkeit Iron Jab. Wir tun wirklich nur mit der Stange Leute quasi erpieken, wenn man so will. Und ich habe ehrlich gesagt Probleme, Leute zu treffen, hätte ich gesagt damit. Weil es ist wirklich nur ein kleiner, dünner Start, den man so kurz ausdehnen lassen und Gegner vielleicht wegpusten damit. Der Schaden ist zwar toll auf dem Papier, aber ich habe irgendwie nicht so den Eindruck, dass der wirklich ankommt. Also wenn ich manche Gegner mit Treffer, die Level 20 sind und die sind nicht tot, dann sage ich mir so wie, du müsstest tot sein bei dem Schaden? Eigentlich? Und so. Aber schön ist auch Power Range. Die Reichwelle wird tatsächlich mit der jeweiligen Stufe noch erhöht. Aber okay, das ist Level 1 Fähigkeit. Ich meine, mein Gott, da gibt es nicht so viele Warframes, wo ich die erste Fähigkeit super, super toll finde. Die ist meistens einfach mal so da. Dann haben wir Defy. Einfach wir cheaten den Tod. Wir betrügen den Tod dadurch, dass wir nicht sterben. Solange wir nämlich Energie haben und diese Fähigkeit aktiviert haben vor allem, sind wir quasi, wenn wir totgeschlagen werden würden, wären wir geheilt und sind kurzweilig unbesiegbar. Wir brauchen dafür aber sehr viele Energiekosten. Also Energie wird jedes Mal ziemlich verraucht dafür, wenn wir sterben sollten. Allerdings, hey, in der Zeit können wir nicht wirklich umkommen. Für manche Situationen ist das definitiv mal gar nicht verkehrt. Cloud Walk, wenn wir uns gleich mal ansehen, das ist zu kompliziert zu erklären. Im Endeffekt wäre es zu einer Rauchwolke. Aber damit könnt ihr euch viel dummes Zeug noch anstellen. Deswegen ist das gar nicht mal uninteressant. Und Primal Fury. Ja, das Ding könnt ihr euch vorstellen wie von der Ivara, die einen Bogen beschwören kann, der über Zeit keine Energiekosten verbraucht. Ist das Ding eher so, wobei, vergiss die Ivara. Vergiss, was ich gerade gesagt habe, das ist ein dummes Beispiel. Nehmt euch einfach den Excalibur, der über Zeit halt sein Schwert beschwört. Das gleiche in grün, nur mit dem Stab. So, das ist besser erklärt, weil ich dachte jetzt gerade schon wieder, es ist genauso wie das. Und dann sehe ich gerade nur, Moment, das Ding hat aber Energieverbrauch pro Sekunde. Schon wieder Blödsinn, den ich erzähle. Lassen wir das. Gut, also ja, ist halt so eine Waffe, die über die Zeit Energie verbraucht. Und ihr könnt damit tolle Stabfähigkeiten auspacken, die halt ein bisschen teilweise sensationell aussehen. Jetzt muss ich aber den Charist mal gerade austauschen gegen was anderes, nämlich gegen eine Stangenwaffe. Wir werden doch gleich sehen, warum. Wir werden doch nämlich gleich den, am besten, wenn wir gegen Ender nach mal den Vergleich haben, ganz kurz. Hey, die Waffe hat nämlich drinne, es geht nur um einen Mod. Es geht nur um einen Mod. Die Waffe hat das gar nicht drinne. Das ist super von mir. Das ist sensationell. Das ist völlig, völlig scheiße. Ich dachte nämlich, das wäre da drin. Lass mich kurz gucken. Hier müsst ihr bei Zero. Bei Zero ist es auf jeden Fall drinne. Bei Zero ist es auf jeden Fall drinne. Nämlich Primed Reach. Die Reichweite ist erhöht, weil da sehen wir an der Waffe selbst, wenn wir sie beschwören, einen Unterschied, was ich so bis jetzt noch nie irgendwo gesehen habe. Deswegen fand ich das sehr cool. Deswegen gehen wir auch damit gleich rein, damit ihr auch den Unterschied mal sehen könnt. Und ja, gehen wir mal ganz los und checken den mal kurz so aus. Und vor allem auch den Granatwerfer, weil ich den sehr knuffig finde. Auch wenn ich selber durchsterben werde, aber ich finde es trotzdem lustig. Gut, gehen wir mal gerade in irgendeine Mission. Am besten ein bisschen höherstufig. Wollen die nicht zu einfache Gegner haben? Lass mich kurz überlegen. Geben wir Uralos? Das ist ein Makronier. Problem ist natürlich bei Stäben. Dadurch, dass das Ding... Ich habe noch nicht im Wiki nachgeguckt wie die ganzen Skills, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein bisschen mehr Einschlagschaden macht, also Impact. Und somit wäre er dann besser gegen Korpus eigentlich. Wirklich sicher bin ich mir nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, weil daran keine Klingen sind an dem Stab. Neptun? Ja, ich gehe mal Neptun. Ich gehe mal Neptun und gehe in eine Mission rein, wo ich nicht weiß, ob ich überleben kann. Rescue. Survival. Survival ist super. Survival hört sich toll an. Wir gehen auch dort hinein, allein hinein. Falls ich gleich sterben sollte, ich bin selber schuld. Ich sage es direkt vorne rein, ich bin selber schuld, wenn ich sterbe. Weil ich habe definitiv dann was falsch gemacht. Weil ich habe den Granatwerfer unbedingt wahrscheinlich benutzt. So. Survival, das Gute ist, wir können hier am Anfang ein bisschen rumhantieren. Wir regenerieren natürlich momentan keine Energie. Das war jetzt sehr schlau von mir, das hier. Das war so schlau, dass ich kotzen könnte. Aber wir können uns die Energie basteln. Machen wir es so. Also sonst hätte ich gesagt, ich stelle mich fünf Minuten kurz hier hin, warte unten, bis die Operatorfähigkeit voll ist und dann habe ich eine neckige Regeneration, ja. Aber so geht es auch. Ja, damit kann man schon was anfangen. Ich glaube, das war es. Ja. Gut, gut. Dann hätten wir das Zeit. Wobei, ich zeige am besten jetzt schon mal die Waffe hier, weil ich gleich in der Hektik womöglich ständig was anderes benutzen möchte. Also, weil ich habe nämlich die Tasten umgestellt, deswegen muss ich mich immer wieder daran gewöhnen. Weil ihr wisst ja, früher, früher, bevor Movement 2.0, war es ja so, dass wenn man die rechte Maustaste gedrückt hat in der Luft, hat man nicht das hier getan, sondern ist einfach runtergefahren und hat gesumt. Jetzt hat man diesen Gleiteffekt, ja. Wow. Und das gab es ja früher überhaupt nicht. Und deswegen wurden die Tasten mittlerweile auch alle umgesetzt, dass man eigentlich, im Endeffekt konnte man also auf der rechten Maustaste halt zoomen und man hat automatisch beim Zoomen, wenn man in der Luft ist, automatisch den Gleiteffekt immer dabei. Und früher hat man jetzt auf der rechten Maustaste den Sekundärfeuermodus gehabt. Sekundärfeuermodus wird nämlich bei Head-Waffe heißen. Wir schießen mit einer normalen Waffe halt eine Granate. Und mit der rechten Maustaste normalerweise würde ich jetzt nicht zoomen, sondern würde tatsächlich die Granate hochgehen. Und das habe ich mir jetzt auf eine andere Taste gelegt. Batsch. Ihr seht, das ist gar nicht mal klein. Ich könnte auch mehr Granaten hin so hin verteilen. Oh. Seht ihr, was ich meine? Das schießt man manchmal blöd hin und dann... Yeah. Da kann man richtig schön alles kollektiv hochgehen lassen. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Da überlege ich mir auch schon, ob dieser Adhesive Blast, dieses... Die Idee, dass man mit Granaten an die Wand schießen kann und die hängen bleiben, wäre für das Ding echt super. Weil so, je, es momentan blubbern so doof durch die Landschaft, das will man ja eigentlich nicht. Jetzt will man auch gleich mal feststellen, was das heißt, wenn da Gegner durch die Tür kommen, womöglich. Wo doch nicht? Doch, jetzt! Okay, das bleibt zweit. Man kann auch mitten in der Luft das Ding explodieren lassen, so nach dem Motto. Ich habe mich schon ein paar Mal umgebracht, weil ich direkt gedrückt habe, nachdem ich das Ding abgefeuert habe. Deswegen gefährlich. Okay, das war's. Vier Schuss noch mal grad ziehen. Boom. Falls er eben es gestanden hätte, wäre er jetzt weg. Gut, 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 gut. Aber okay, das ist jetzt die, äh, ist die Co-Apenta. Wie gesagt, wenn ich die mal... Oh, hoppala. Wenn wir die auf ein bisschen höheres Level haben, dann werde ich damit ein bisschen auch Blödsinn machen. Aber ansonsten finde ich die Waffe schon nicht verkehrt, weil damit kann man sehr schön gruppenweise Luft fliegen lassen. Das Coole ist an der Waffe, auch wenn man sich selber damit ständig umbringt, das Coole wirklich, was ich persönlich dabei finde, ist... Das Coole ist einfach, dass man selber entscheiden kann, wann die Waffe explodiert. Und damit kann man sehr viel mehr Blödsinn anstellen als mit Tonkor. Ja, ich weiß, Tonkor bringt einen nicht um. Deswegen ist die Tonkor eigentlich inhaltlich deswegen schon besser. Aber ich finde das trotzdem geil, dass ich alles vollkleistern kann. Und dann sagen kann... Übrigens, Leute. Boom. Dann habe ich sogar noch jemand erwischt. Huhu. Weil die Explosionsrate ist wahnsinnig hoch. Ups. Und die meisten Gegner können das absolut mal nicht überleben. Ich meine, die Tonkor macht mehr Schaden. Ja, ich weiß. Aber hey, das Ding macht viel mehr Flächenschaden. Viel größere Bäm-Wellen kommen von dem Ding weg. So, jetzt gleich haben wir genug von dem Ding gesprungen. Hey, geh weg von mir. Schnell weg. Jetzt haben wir die erste Fähigkeit schon mal gerade. Oh mein Gott, die waren das alle gewesen. Los, los, los. Nein, ich will nicht sterben. Geh weg. Geh weg von mir. Das wäre jetzt die dritte Fähigkeit gewesen. Ich verpisse mich mal gerade an der Ecke, wo die nicht näher kommen können. Aber ich komme nicht weiter. Sicherheit. Gut, gut, gut. Hier oben können wir uns ein bisschen rettenderweise hinstellen. Und gleich die Level 5 Fähigkeit raushauen. Tun wir mal den Operator mal auspacken. Oder die Operatorin. Wie auch immer. Weil da habe ich gleich Energie-Regeneration pro Sekunde. Und damit kann man sehr viel mehr anfangen. Seht ihr? Jetzt haben wir Energie-Regenerationen. Jetzt wird auch alles besser. So, ich mache hier oben noch schnell alles auf. Ich muss ein bisschen Heilung mitnehmen. Weil 88 Lebenspunkte ist jetzt nicht sonderlich viel. Aber wie gesagt, wenn ich sterben soll, dann bin ich dran schuld. Das ist kein Problem. Das liegt nicht am Wolfgang, das ist nicht an mir. Und dann fangen wir mal an. Also erst pick ich Leute mit dem Stecken, mit dem Stab gleich erst mal auf dem Rücken. Also imaginären Rücken. Ich bin nämlich ja noch ein gewöhnter, dass ich die Maus drücken muss. Deswegen. Jetzt habe ich glaube, ich habe mich selber umgebracht, weil die Granate von mir lag. Okay. Wie gesagt, das war klar. Das war mir vollkommen klar, dass das passieren musste. Oh cool, ich bin wieder hier oben. Nice. Okay, jetzt wechseln wir erst mal auf eine andere Waffe, die mich nicht umbringen kann. Das ist schon mal der erste wichtige Schritt. Und dann gehen wir jetzt erst mal gleich mit der Nachkampfwaffe hier um uns. Weil es sehr, sehr sonst gefährlich hier wird. Weil ich glaube, dass Stücke, wenn es so weitergeht. Okay, die sind alle tot. So, da vorne ist jetzt eine Drohne. Boom. Oh, das ist zu weit weg von mir. Oh, das ist ein Spezialtyp. Ah, nein. Shit, bin ich tot. Und ich komme hier weg. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, jetzt wird Sonicor Zeit. Sonicor Zeit, die alles klar machen muss. Weg, 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 weg. Vielleicht ist das ein bisschen hochstufig für ihn jetzt gerade. Auf Level 16 ohne viel Lebenspunkte, ohne viel Schild oder alles. Beziehungsweise er hat ein bisschen mehr Schild, als er normalerweise haben sollte. Habe ich ihm reingetan, aber sonst ist ja nicht wirklich viel drin. Oh, manchmal ist er ja alles ein bisschen klar. Machen wir erst ein bisschen klar hier. Räumen sie alle ein bisschen weg. Und dann packen wir aus die Viererfähigkeit. Schrupps. Und wie ihr seht, sind wir so ein bisschen da, small und blau jetzt auf einmal. Und das sieht auch sehr cool aus. Wir tun alles ziemlich großräumig zerlegen hier vorne. Und wie ihr erkennen könnt, das macht er ganz gut. Das macht er ganz gut. Die Waffe macht ziemlich viel Aua. Ähnlich wie von dem... Ja, ist eigentlich die Stabvariante eben von dem guten Excalibur. Das ist ziemlich fett, finde ich persönlich. Vor allem, dass das so ein bisschen Lichtschwert-Optik, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Auch wenn er am Ende auf den Boden haut damit und ein riesen Status und eine riesen Säule daraus am Bauen ist. Das kommt nicht von ungefähr. Das ist kein Grafikfehler. Ich meine mich sehr zu erinnern, dass er was auch mythologisch, hintergrundmäßig damit zusammenhängt. So, wir können auch blocken natürlich, weil es ein Stab ist. Weil es eine Lackaufwaffe ist. Komm doch, komm doch, Junge. Du triffst mich eh nicht. Oder triffst mich doch. Wahrscheinlich triffst du mich doch, wenn man sich... Mache ich mal gerade kaputt. Ich habe leider auch keine vielen Kombos mit dem Ding rausgefunden, aber... Guck, kann ich das? Ist eine Charge-Waffe? Nein, das ist keine Charge-Waffe. So hätte ich gerade was anderes machen können. Boden rumrutschen, die typischen Aktionen machen. Ja, aber das ist schon mal eine Waffe, die mir persönlich gut gefällt. Auch wenn ihr die ganze Zeit Energie verbraucht, aber... Auch du, Type, wirst mal ganz gnadenlos von der Waffe zerlegt. Ausgezeichnet. So, jetzt gucken wir uns ganz gut die Ansachen an. Also die Waffe hat ja schöne lange blaue Teile, wie ihr sehen könnt. Oben und unten. Danach gucken wir uns diese Waffe an, ohne dass ich den Primed Reach dran habe. Ihr werdet nämlich direkt einen deutlichen optischen Unterschied dabei erkennen. Okay, wir können auch die Reach langsam wieder rausgehen. Das ist perfekt in meinen Augen. So, die Energie ist jetzt auch komplett weg von mir. Das heißt aber, wir müssen wieder Sonniko alles zerblasen gehen. Das heißt, ich schieße wieder nicht durch die Landschaft, weil ich kein Moon mehr habe gerade. So, jetzt aber. Gut, gut, gut. Sieht auch viel besser aus. Sieht auch alles direkt viel besser aus. Wir benutzen erst mal die eine Fähigkeit, die ich auch gerne zeigen wollte. Nämlich die ich eben ansatzweise nur gezeigt habe, bevor ich zerblasen wurde. Nämlich angenommen, es wird jetzt mit zu eng. Und ich sage jetzt, ah... Ich möchte irgendwo hoch springen und komme da nicht so hoch oder so ähnlich. Gut, lass uns den mal vorne hingehen. Angenommen, ich möchte jetzt... Keine Ahnung, hier auf das Ding da und will aber nicht springen. Fupp. Ich kann mich dreidimensional dank der Rauchwolke hier... Ich bin jetzt eine Wolke quasi und kann einfach durch den Landschaft düsen. Und das Interessante ist, wenn ich das vor Gegner machen sollte. Unten läuft auch eine Zeit, aber ich kann es natürlich ewig machen. Aber unten... Wenn ich das vor Gegner machen sollte, diesen Effekt, dann werden die tatsächlich so ganz kurz betäubt. So ein bisschen so wie... Oh, was war das denn? Effekt kommt dann raus. Und wie es aussieht, habe ich die Sache leider völlig verkackt gerade. Weil Sauerstoff fehlt. Und deswegen kriege ich die ganze Zeit Schaden. Und ich sollte so schnell wie möglich rausgehen. Was doof von mir war gerade. So, natürlich die letzte Fähigkeit ganz kurz schmeißt. Ich schmeiße es immer zwischendurch noch hinein hier. Bevor ich wieder 1000 Brocken zerrissen werde. Und zwar bei der City hier. Das ist jetzt die zweite Fähigkeit. Jetzt sterben wir nicht mehr. Für ein paar Sekunden. Aber wie ihr seht, die Energieanzahl geht wahnsinnig schnell nach unten. Und da ich das Ding nicht billiger gemacht habe, ist es durch die Energie schnell weg, dass ich gucken konnte. Aber in der Zeit wäre ich tatsächlich nicht gestorben. Aber auch mehr ist dazu gar nichts zu sagen. Weil viel Optik gibt es dabei leider direkten Effekt. Leider nicht. Leider. Aber was soll's. Sehen wir uns mal ganz kurz noch was anderes an. Nämlich... Nämlich... ...den Stab selbst. Wie ich schon eben meinte. Weil dort war ja was zu sehen. Dort war ja noch was, eine Kleinigkeit zu erkennen. Wie ich schon eben meinte. Der Zero hat ja momentan drinne... Primed Reach. Und äh... Wir packen uns mal gerade einen Nackenwaffe mit, wo kein Primed Reach drin ist. Nämlich, wie ich ja eben feststellen durfte. In der Autos Prime ist ja sowas nicht drin. Gut. Bei mir jetzt. Ich meine, da kann man welche reintun, aber ich hab's nicht drinne. So, und jetzt gehen wir gerade mal in die gleiche Mission nochmal neu hinein. Da wir auch gleich den... ...gleichen Effekt nochmal haben. Vielleicht gleich ein Level auch. Zumindest eine ähnliche. So, und ich packe auch sofort die Level-4-Fähigkeit aus. Und wie ihr jetzt sehen könnt... Ich hab einen Kurzstab gekriegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil es sind keine langen... Ja, wie Jedi-Style-Teile außen herum. Keine langen Lichtschwerter anteilig da dran. Sondern, äh... Nö. Ist nix. Bleibt so, wie es ist. Schade, schade, schade. Ich hab mir sagen lassen aber schon, dass das Ding durchaus länger werden kann. Wenn man schon mal Kombos macht oder irgendwas sowas damit. Aber, ja. Das Ding kann man auf jeden Fall auch für eine Länge her durchaus schon sehr gut beeinflussen. Indem man eben dort Reichweiten-Mods mit reinpackt für die Waffe. Das ist schon mal nicht unbedingt uninteressant zu wissen. Oh, auch sehr cool hier. Manchmal, wenn man alles so sieht, wenn man ein bisschen Augen aufmacht hier und so. Da wird man gerade keinen Stress hat, erschossen zu werden. Wunderbar. Okay. Das wollt ihr aber noch ganz kurz mal gezeigt haben. Und mehr inhaltlich kann ich auch noch gar nicht zu dem sagen. Der eine oder andere wird natürlich jetzt sagen... Ohne ist er so scheiße, wie ich gehört hab. Äh... Ich sag mal so, der letzte Schlag... Ich mein, generell, der letzte... Die letzte Fähigkeit von ihm hier, das mit dem Stab rumhantieren darf, finde ich gar nicht so schlecht. Gerade wenn Primed Reach drin ist, kann man damit schön auch Gruppen schön zusammenschlagen, muss ich sagen. Die Sache mit dem, dass ich nicht sterben kann, finde ich ein bisschen sinnlos. Persönlich für mich jetzt. Weil ich hab gerne sowas wie Quick Thinking da drinne. Das heißt bei Worten, meine Lebenspunkte können nicht reduziert werden, solange ich noch Manna hab. Also Energie hab. Und diese Fähigkeit negiert die Sache komplett sofort. Weil ich verbrauch die ganze Zeit Energie, aber würde wiederbelebt, falls ich sterben würde. Beim anderen heißt es einfach, ich sterbe einfach nicht, solange ich Energie hab. Mehr oder weniger heißt es nicht das Gleiche unbedingt genau, eins zu eins. Ich mein, bei ihm hier würde ich, wenn ich einmal richtig umgeklatscht würde, würde ich sagen, ho, ich stehe aber noch da. Gerade sozusagen, ich hab den Tod betrogen und zack, bin ich wieder da. Beim anderen würde ich natürlich, wenn ich richtig Schaden fresse, sofort meine ganze Energie weg sein. Und danach würde meine Lebenspunkte weg sein komplett und dann wäre ich auch tot. Aber so tendenziell sind die schon ähnlich, die Sachen. Nicht von der Mechanik natürlich anders, aber so in die Richtung gehen. Ich verhindere somit auch meinen Tod, weil ich Energie hab. Nur eben hier, weil es eine aktive Power ist, die ständig mit meiner Energie draint. Oder bei meinen anderen ist es eher so wie, nö, die komplette Energie, die ich hab, die bleibt stehen, die wird nicht verbraucht, es sei denn, es beschießt mich jemand. Es ist nicht das Gleiche, aber so ähnlich. Deswegen finde ich das ein bisschen meh. Die erste Fähigkeit, dass ich mit dem Stab Leute eher pieke. Wie gesagt, ich kriege damit kaum Leute getroffen. Die Reichweite von dem Ding ist auch nicht besonders weit. Der Schaden ist zwar schön, aber da sage ich bis jetzt einfach mal dazu. Vielleicht auf hohen Stufen sieht die Sache anders aus. Vielleicht macht das Ding ja alles platt danach. Wer weiß, wer weiß. Und die dritte Fähigkeit, die finde ich eigentlich sehr cool. Die Idee, dass man einfach an eine Rauchwolke sich verwandelt rein und einfach dreidimensional im Raum rumfliegen kann. Finde ich cool. Finde ich sehr cool, vor allem, weil man auch unzerstörbar ist in der Zeit. Also es ist nicht so wie Unsichtbarkeit, sondern man kann auch nicht beschossen werden, weil man ist eine Wolke. Man ist physisch tatsächlich nicht da. Das finde ich wiederum sehr fett. Allerdings so als Schleichvariante ist das weniger cool, weil, wie gesagt, sobald man halt das vor Gegnern macht, würde die Rauchwolke die Leute ja so kurz schocken. So, oh, was war das denn? Und dann ist halt natürlich die Sache raus mit dem von wegen, oh, jetzt habe ich dich hinterher, hätte ich gleich erwischt oder so Geschichten. Oder du hast ja nicht gesehen, dass ich da war, weil man hat sich bemerkbar gemacht durch diese Aktion. Aber es ist so eine Art Oh-Shit-Button in meinen Augen, den gar nicht so viele Warframes haben. Die Idee von, whoops, oh, jetzt kann ich nicht mehr getötet werden und ich kann mich frei bewegen im Raum. Das ist, das ist cool. Das ist absolut cool. Und wenn ich erst mal genug Mods da reingeschmissen habe, weil so viele Mods habe ich da noch nicht drin. Ich habe jetzt nur Streamlight, dass es ein bisschen günstiger wird und Prime Flow, dass ich maximale Energiehöhe habe und Redirect einfach nur ein bisschen mehr Schild habe, weil er hat per se ein bisschen besser Schild, oder? Lass mich kurz gucken. Hat er ein besseres Schild als der Rest? Ich glaube, er war gleich, oder? Schild war, ne, Schild hat er tatsächlich ein bisschen mehr als Lebenspunkte starb, ist okay. Deswegen habe ich gesagt, pack mal ein bisschen Redirect dran. Ein bisschen höher, Maximalschild. Kann nicht verkehrt sein, kann nicht verkehrt sein. Aber wie gesagt, wenn ich den mal hochgeskillt auf 30 und dann ein bisschen Erfahrung gesandt habe, auf höhere stufige Missionen, kann ich auch besser meinen Sämpfer zu abgeben. Und ja, für mich bleibt es jetzt erst mal nur weiter hingehend bestehen, dass ich das Problem habe, dass ich weiter Erfahrung haben darf für den nächsten Talentbaum, den ich um die Zeit möchte. Deswegen schauen wir mal, was als nächstes kommt. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Erst mal wie immer bis hierhin schon mal. Danke fürs Vorbeischneiden und Zusehen. Das war es für mich. Erst mal wieder im K3. Und ein kurzer Ausblick auf den Wukong, und wie der so drauf ist. Ja, aber wie gesagt, das ist eher so wirklich nur so ein First Look beinahe schon, weil, ja, mal schauen. Manche Fähigkeiten bin ich noch nicht so ganz überzeugt von. Vielleicht kommt das mit dem Level. Vielleicht kommt das mit dem Level. Vielleicht. Okay, bis die Tage. Und jetzt schaut.